Willkommen zurück auf einen YouTube-Kanal und wenn ihr neuer seid, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch zeigen bzw. erklären, wie die täglichen Trainingsvorschläge der Polar Grid X Pro funktionieren. Ich erläutere euch kurz die Hintergründe, wie sich das Ganze zusammensetzt und stelle euch einfach mal vor, wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. Viel Spaß! Die Polar X Grid Pro hat ja eine Schlaf-Tracking-Funktion, das heißt sie misst dann entsprechend der Schlaf, wie das Ganze ja abläuft. Beziehungsweise das Ganze nennt sich dann hier Nightly Recharge. Es gibt ja auch noch eine Pro-Version, aber die ist, das sage ich mal, für den Normalanwender etwas schwieriger, weil man da mit Brustgurten sowas morgens messen muss. Deswegen werde ich das Ganze jetzt erstmal auf dem klassischen Fall machen, den wahrscheinlich 95% den Leute hier betrifft. Beim Nightly Recharge wird dann entsprechend gemessen, wie gut eure Herzfrequenz war, wie eure Stressbelastung des Körpers war und ermittelt so entsprechend, wertet den Schlaf quasi aus. Der nächste Baustein wäre hier dann der Fitnesslevel. Hier ist es so, da wird geschaut, wie euer VO2 Max ist, das heißt also, was hier die maximale Sauerstoff-Transportmöglichkeit im Körper ist. Dazu gibt es hier einen Fitness-Test, den ihr mit der Uhr machen könnt. Das werde ich euch jetzt mal entsprechend zeigen, wie der funktioniert. Ja, dann werden wir so einen Fitness-Test mal ausführen. Dafür gehen wir links auf die Taste und da kommen wir schon in das My-Bereich hinein. Und dann müssen wir einfach nur bis zum Test gehen. Also wenn wir hier zu den Tests, dann haben wir hier die verschiedenen Tests, die wir durchführen können. Und dann gehen wir jetzt einfach hier auf den Fitness-Test. Den führen wir jetzt direkt aus. Entspannen und starten. Da würde ich sagen, dann entspannen und starten wir mal. Und als erstes wird nach der Herzfrequenz geprüft. Hier ein 62er Puls. Und dann heißt es, lege dich hin und entspanne dich. Das mache ich jetzt. Und wir sehen dann hier, rechts läuft dann so ein Timer herunter. Und ja, einfach weiter entspannen. Ja, wenn ihr einen Test durchgeführt habt, bekommt ihr jetzt hier auch ein Testergebnis. Wir sehen jetzt hier, dass mein aktueller VO2 Max bei 45 liegt. Also je nach Hersteller schwankt es zwischen 45 und 47. Also ist auf jeden Fall in dem Bereich. Und dann habt ihr die entsprechenden VO2 Max-Werte für das Training. Als dritter Baustein wäre dann noch die Trainingshistorie. Hier schaut Polar bzw. Algorithmus auf die letzten 28 Tage. Und werdet die 28 Tage aus. Und guckt, ja okay, du hast jetzt zum Beispiel hier viel Krafttraining gemacht. Oder du bist viel laufen gewesen. Oder du hast überhaupt kein Krafttraining gemacht. Und so wird entsprechend geschaut, was für dich jetzt hier dann ideal wäre, um deinen Körper ja für die nächsten Herausforderungen zu rüsten. Wenn ihr jetzt einen Trainingsplan laufen habt, dann bekommt ihr in der Uhr ein sogenanntes Programm angezeigt. Da müsst ihr natürlich euer Programm abfahren. In dem Trainingsplan ist aber auch schon alles so berücksichtigt. Das heißt, da ist ein Cardiotraining drin, da ist ein Krafttraining drin, da ist ein Unterstützungstraining drin. Also das heißt, da ist schon alles enthalten. Hier braucht ihr dann keine täglichen Trainingseinheiten noch zusätzlich machen, um da eure Ziele zu erreichen. Da ist schon alles berücksichtigt. Für alles andere, wenn ihr jetzt keinen Trainingsplan habt, gibt es hier dann zwei bis vier optimierte Trainingseinheiten am Tag. Davon ist die, die an der Uhr direkt angezeigt wird, die, die jetzt optimal wäre, die euch auch wirklich vorgeschlagen wird. Und da werden euch noch eins bis drei Optionen genannt. Die werden hier runterscrollt in der Uhr, werden die dann entsprechend angezeigt. Das werde ich euch gleich im Video nochmal zeigen. Die maximale Anzahl an Vorschlägen pro Tag beträgt dann vier Trainingseinheiten. Und das Ganze setzt sich dann aus 19 verschiedenen Trainingseinheiten zusammen. Das heißt also, es gibt 19 verschiedene Trainingseinheiten aus dem Bereich Kardiokraft und Unterstützung des Trainings. Das heißt also, hier kommt auch keine Langeweile auf. Es ist immer ein bisschen was, ja, eine Mischung da. Aber ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze jetzt erstmal auf der Uhr, wie das entsprechend aussieht. Und wir sehen jetzt hier, wenn ich jetzt keinen Trainingsplan am Laufen habe, bekomme ich jetzt hier als heutige Empfehlung die Unterstützung. Dann sehen wir jetzt, wenn wir hier hineingehen, ist es eine Mobilität statisch. 20 Minuten, 5 Übungen. Wenn wir jetzt hier nochmal in der mittlere Taste reindrücken. Hier bekommen wir dann alles nochmal wunderbar erklärt, was wir alles machen müssen, wie die Zeiten sind, wann man wechselt. Und das mal aufwärmt. Und hier bekomme ich dann auch nochmal eine Anzeige. Also einmal sehe ich hier, dreimal soll ich dann diese Übung hier machen. Beziehungsweise hier auch dann dreimal hier diese Stretchübung. Wenn wir das Ganze auswählen, dann kommen wir auch schon direkt in das Workout hinein, um was es geht. Mobilität, statisch. Dann wählen wir das entsprechend auf. Dann wird die Aufzeichnung gestattet. Dann können wir hier zum Aufwärmen gehen. Das können wir aber dann auch mal kurz überspringen. Sagen wir einfach hier Phase überspringen. Und dann kommen wir hier schon in drei Runden. Dann können wir das Ganze starten. Falls ich dann nicht mehr weiß, was ich machen muss, gehe ich einfach hier nochmal auf die mittlere Taste. Ich kann mir kurz eine Phaseninformation geben und kann mir das Ganze nochmal anschauen, welchen Bereich der Übung ich gerade machen muss. Wenn ich jetzt aber keine Lust habe auf Unterstützungstraining, dann kann ich auch hier einfach nochmal hineingehen und kann ja auch runter scrollen. Da bekomme ich dann nochmal Alternativen angezeigt. Hier einmal Eigengewicht, normales Training. Also wenn wir hier reingehen, da bekommen wir genauso wie jetzt eben hier bei dem Unterstützungstraining angezeigt, was wir hier machen können. Zum Beispiel Squads oder Liegenstützen etc. Und so bekommt ihr dann auch nochmal ein Workout angezeigt. Oder ihr könnt ein ganz normales Zirkeltraining machen oder dann ein Kardiomittel, das heißt Laufen im Herzfrequenzbereich 1 bis 3. Ja, so bekommt ihr dann eure täglichen Vorschläge, wie ihr dann weiter trainieren könnt bzw. euch voranbringen könnt. Wie gesagt, ich finde hier auf jeden Fall die Mischung ganz gut, dass hier einmal sowohl Lauftraining als auch Unterstützungstraining bzw. Krafttraining enthalten ist, weil es auch ein wichtiger Bestandteil des Trainings ist. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen, einen kleinen Einblick geben, wie das mit den täglichen Trainings funktioniert. Dies war jetzt mit der Polar Grid X Pro das Ganze. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch mehr interessante Videos rund um Sportlohn sehen wollt und auch Tutorials dazu, dann lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal.